. Würdest du dich trauen, in meinen Kopf reinzuschauen? Was geht in meinem Kopf vor? Was geht in jemanden vor, der so verrückt ist, so kaputt ist? Es ist nicht der Wunsch nach Macht. Es ist nicht der Wunsch nach Erlösung. Es ist einfach Hass und Zorn und innere Wut und Trauer. Du beginnst jeden Morgen gleich. Du wachst auf, stellst dir dieselbe Frage wie jeden Tag. Warum bist du da? Du beginnst deinen Tag und alles ist grau. Es ist nichts mehr bunt, es ist schwarz-weiß. Genau wie unsere Gesellschaft in der heutigen Zeit. Es ist alles schwarz und weiß. Es gibt nur Gut und Böse. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nur Licht an, Licht aus. Und so ist es auch in meinem Kopf. Es gibt den Normalen und es gibt den Verrückten. Der Verrückte will zerstören, will beißen, will kaputt machen, will prügeln, will saufen, will bauchen, will sich einfach die Seele aus dem Reib reißen. Und dann gibt es noch den lieben Einfühlsamen, der lieb ist, aber der manchmal auch schwach ist und nicht immer da ist. Es ist ein Kettenkarussell in meinem Kopf. Es geht auf und ab und auf und ab. Manchmal sitze ich da und schreie einfach in der Gegend rum, weil ich nicht weiß, was los ist. Manchmal fange ich einfach an, mit irgendjemandem zu streiten und prügele mich dann. Aber es gibt auch Zeiten, in denen ich friedlich bin und die Zeit genieße, in der alles gut ist. Mein Kopf ist kaputt. Mein Kopf ist voller Wahnsinn. Es gibt nichts, was mir ich hochziehen kann. Es ist Wahnsinn mehr als jeden Tag dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Der Wahnsinn ist, wenn man sich selbst nichts mehr bedeutet und sich selbst aufgibt und alles fallen lässt und sich Schmerzen zufügt, um den Schmerz innen zu stoppen. Ich war in Behandlung und dann habe ich Leute mit Borderline getroffen und habe mich mit denen unterhalten. Die haben dann etwas Angst bekommen, weil sie sich gesagt hätten, wieso ritzen wir uns eigentlich, wenn wir uns einfach nicht mit einem Zigarrenknipsel oder so einen Finger aufknipsen könnten. Oder uns einfach so Ventile in die Arme einbauen, wo wir dann immer mal ein bisschen Druck ablassen können. Das fanden sie nicht so toll und waren auch nicht so begeistert und haben mich für verrückt gehalten. Aber wie gesagt, was ist das Wahnsinn mehr als immer dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Es ist Wahnsinn jeden Tag in die Arbeit zu rennen und damit zu rechnen, dass man gefördert wird, obwohl man es eigentlich weiß, dass es nicht passieren wird. Es ist Wahnsinn in dieser Welt zu leben zu dieser Zeit. Ich glaube deswegen wollen auch wenige Leute Kinder haben oder überhaupt irgendwas in dieser Welt hinterlassen außer Kunst. Nachden irgendwie sehen wir das. So eine gute Frage, wenn es das so gibt, ist es sehr, sehr alt像. Es ist submarine movIGHter, eher zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen, auch einfach machten sie um, won't neben mir gibt dich zu nehmen. Kennen sie, ah, ja schon mit dieser principellen, Gruppe. Im Ajaxia-Zinderte Laureen, würde sich niemals aufmerksam machen, Untertitelung des ZDF, 2020